Bald, wenn er kommt, er kann auch alles alleine auf. Ey Leute, wenn er auch in 20 Minuten nicht kommt, dann muss er gar nicht mehr kommen. Wie schau nice denn dann aus? Ey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, euch wird's richtig krass, denn ich hab mir heute überlegt, ich werde heute einen kleinen Jungen, und zwar Leontyn, werde ich heute pranken. Ich werde einen Tag, Leute, werde ich einfach, oder beziehungsweise ein Video, werde ich einfach gar nicht mit ihm reden, ich werde ihn voll ignorieren die ganze Zeit. Der denkt, wir nehmen heute was richtig Nices auf. Ich hab zu ihm gesagt, ey Leontyn, start schon mal die Aufwand, was heute geil wird und alles. Und, äh, ja, ich bin auch immer gespannt, was er machen wird. Ich antworte ihm einfach auch gar nicht mehr. Ey Leute, Marvin will einfach seit zwei Stunden hier sein. Der ist immer noch nicht da. Ich schick ihm mal in der Nachricht. Marvin, wann kommst du? Marvin, wann nehmen wir denn endlich auf? Marvin, wann kommst du? Und, ja, Leute, das werde ich heute das ganze Video durchziehen. Checkt gerne Leontyn, ab erster Weg unten in der Videobeschreibung. Und, Leute, ich würde sagen, abonniert alle jetzt mal diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Leute, abonniert diesen Kanal und schreibt Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare, Leute. Und, ja, ich würde sagen, let's go. Ich muss jetzt erstmal auf den Weg zu Leontyn und dann wird's auch immer nice heute. Ey Leute, schaut mal, ich hab schon richtig viel geschrieben. Ihr antwortet einfach nicht. Ich bleib jetzt mal richtig voll. Ich mach ihm jetzt richtig viele Nachrichten. Marvin, hallo. Hallo. Wann nehmen wir auf? Hallo, wann nehmen wir auf? Leute, ich ruf den jetzt erstmal an. Hä, Leute, der hat mich einfach weggedrückt. Ey Leute, ich bin so sauer, ich blockier den einfach gleich. Ey Maren, ich blockier dich gleich. Der schaut mal, ich hab so viel geschrieben und der antwortet einfach nicht. Ich schreib ihm nochmal kurz Hallo. So, Leute, ich fahre zur Leontyn und ihr seht's jetzt gerade mal eingeblendet. Ey, der hab ich so oft angerufen, Leute, und schreibt mir die ganze Zeit. Und wenn der Video-Clips irgendwie hat, dass ich nicht rangehe oder so, dann blende ich auch immer mal ein. Ich weiß nicht, was er da aufgenommen hat, aber der ist richtig sauer jetzt schon, weil ich ihm gar nicht mehr antworte. Und eigentlich soll ich auch schon vor einer Stunde irgendwie da sein. Aber ich komme heute mal richtig zu spät und werde hier mal richtig pranken auf jeden Fall. Ey Leute, wenn er auch in 20 Minuten nicht kommt, dann muss er gar nicht mehr kommen. Ich schreib dann alles raus. So, Leute, ich bin jetzt da. Ich würde sagen, weil jetzt erst mich mal jemand die Tür aufmacht. Ey Leute, ich bin so sauer. Ich war hier schon seit zwei Stunden. Wir wollten eigentlich in die Trampolin-Halle gehen, weil der ignoriert mich die ganze Zeit. Ich habe den auch schon 20 Mal angerufen. Ich bin auch richtig sauer. Bald, wenn er kommt, er kann auch alles alleine aufnehmen. So, Leute, ich gehe jetzt mal zu Leontin rein. Ist er drin da? So, lass mal gucken. Ey, wo bleibst du? Ich habe dich doch 20 Mal angerufen. Ja, mal ein bisschen gucken. Hallo? Hallo? Ich möchte mal gucken hier, was hier noch so ist. Oh, hier hat er auch noch sein Handy, so, Leute. So, Leute, ich werde sagen, wir gucken mal weiter hier. Marvin, hallo? Warte mal kurz. Ich bin gerade hier am Film. Warte mal kurz. So, Leute, ey, ich würde sagen, hallo, ich nehme jetzt hier gerade auf. Ich nehme jetzt hier gerade auf. Ey, ich würde sagen, lass mal ganz kurz gucken hier. Ey, Leute, ich würde sagen, wisst ihr was? Ey. Marvin. Ich würde sagen, ja, was ist denn? Marvin. Ja? Ja? Hallo? Ja? Hallo? Ja. Ich bin hier. Ja? Ich habe dich zig Mal angerufen. Ja, ja, Leute, es war, es war viel Verkehr auf der Straße. Ihr habt es eh alle gesehen. Ich würde sagen, komm. Oh, Burger Pommes, Leute, schaut mal hier. Ey, Leute, schaut mal hier, Burger Pommes. Richtig geil. Boah, ey, richtig nice. Ey, es ist echt. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt auch noch. Uh. Ey, oh, ey, was du trinkst, ist auch noch für mich hier. So, Leute, ich würde sagen, ey, äh, ey, 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 nee, 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 das machen wir nicht hier. Nein, 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 auf gar keinen Fall. So, Leute, ich würde sagen, lass dir jetzt erstmal ein bisschen rausgehen bis in McDonald's. Äh, willst du auch McDonald's? Ja. Okay, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal McDonald's. Let's go, dann fangen wir jetzt erstmal los. Ey, Leute, Leontien ist jetzt gerade irgendwie weggegangen. Ich schau mal, ist der neue Burger Pommes Merch. Die wird es dann geben ab 9.02, Leute, um 18 Uhr auf lukasps.de. Ihr seht gerade alle Beilang zu eingeblendet. Ey, das ist richtig geil. Ich habe den leider noch gar nicht. Ich würde sagen, Leute, let's go. Ich gucke jetzt erstmal, bis Leontien wiederkommt. Oder wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme den einfach. Ich nehme den mit. Der ist jetzt gerade weggegangen, der ist auf Toilette. Ich gräde ihn gleich einfach die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg. Ey, Marvin, wo fahren wir denn jetzt noch hin? Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal ins richtig geile Shoppingcenter. Wir fahren jetzt nach Smith Toys, Leute. Hallo, ich bin auch nach Smith Toys. Cool, jetzt sagen wir keine gute Sachen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust, Leute. Wir fahren jetzt hier. Marvin? Sie sind jetzt hier schon unterwegs. Ey, Marvin. Marvin? Ja, ich muss jetzt hier reden. Hallo, Leute, auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich, wenn wir bei Smith Toys sind. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir da sind. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt bei Smith Toys. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal rein. So, Leute, wieso erkennt mich eigentlich Schwabe nicht? Komm, Marvin. Oh, ich habe die fast liegen gelassen. Mensch. So, jetzt erstmal gucken, was ich hier alles an Spielzeug finde. So, ich muss erstmal gucken. Ich wollte ja eh noch Spielzeug kaufen. Mal gucken, was ich jetzt hier so nehme. Mal gucken, was ich hier so nehme. So. Gucken. Ich bin auch noch da, Marvin. So. Leute, Mensch. Siehst du, jetzt kriegt ihr schon Ärger von den Leuten. Okay, Leonti, das reicht jetzt hier oben. So, der kriegt jetzt richtig Ärger von der Frau. Ey, Leute, ich bin richtig sauer auf Leonti, aber ich werde das nicht sagen. Ey, Leute, ich bin richtig sauer. Weil Marvin ignoriert mich ja die ganze Zeit. Schreibt mal in die Kommentare, wieso er das macht. Schaut mal, da läuft er schon wieder. Ey, Marvin. Hallo. Marvin. 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 Hä? Ja, hallo. Hä? Marvin. Ja. Seht ihr, Leute? Er ignoriert mich die ganze Zeit. Marvin. Ja. Hallo. So, Leute, ich habe mir jetzt erstmal hier nochmal zwei Döner geholt. Moin. Ey, danke. Äh, nee, 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 die ist nicht für dich. Nee, nee, nee. Alter, hast mir etwa nichts zu essen mitgebracht? Mann, ey. So, Leute. Und zwar habe ich mir jetzt zwei Döner geholt. Ich finde Challenge. Ich esse jetzt erstmal bei der... Ey, Digga. Ich hasse den Jungen, ey. Der hat einfach mal einen Döner genommen. Ey, das ist meiner. Du musst den eigenen Jungen packen wieder rein. Ah, okay, mach ich. So, Leute. Let's go und setze mich jetzt hier und erst erstmal bei der Döner. Ey, Leute, Leontien ist richtig sauer jetzt, glaube ich, auf mich. Ich gebe ihn gleich einfach rein ab. Ich mache nur Spaß. Ist ja fürs Video. So, Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Ja, ich freue mich. Richtig geil. Oh mein Gott. Ey, richtig nice. Ey, Niklas, ist auch klar. Moin, was geht, Niklas? Moin. Ey, richtig geil. Ja, Leute. Ja, komm, lass mir eine Runde springen jetzt. Hallo. Was denn? Moin. Ey, wollen wir eine Runde springen? Hallo. Hast du Bock? Hallo. Komm, lass mal springen. Hallo, siehst du mich? Doch, doch, ich sehe nicht. Was geht? Komm, Niklas. Komm, wir gehen springen. Komm, wir springen jetzt eine Runde. Was mit mir? Niklas, hast du Bock? Ja. Ey, komm, zeig mal, was krass ist. Was mit mir? Ey, Leute, ich bin richtig sauer. Die ignorieren mich die ganze Zeit. Ey, Niklas, zeig mal ein paar krasse Tricks. Boah, zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was richtig cool ist. Ja, Niklas, komm mal her, ich muss das sagen. Ey, Niklas, ich will ignorieren heute den ein Video, dass wir nur reden die ganze Zeit. Okay. Nicht mit ihm reden, okay? Ja. Okay. Okay. Lass dich aufpassen, ne? Hast du Bock? Ja. Ich auch. Let's go. Ey, Niklas, was geht? Ey, hi, Marvin. Ey, spring mal eine Runde. Zeig mal, was ist das? Ja, ich lasse. Ja, let's go. Ey, Leute, seht ihr das? Leontin ist schon richtig sauer, ey. Also wirklich, jetzt war es so richtig. Let's go. Oh mein Gott. Ey, wollen wir Fußballspielen gehen? Ja, ja, der Fußballspiel. Okay, komm, let's go, wir gehen Fußballspielen, Leute. Ich hoffe es. Let's go. Ey, Leute, wir sind richtig gemeint zu Leontin. Ich glaube, der ist doch voll sauer auf uns. Komm, lass mal Fußballspielen. Ja, let's go. Alter, guck mal, wir sind jetzt hier angekommen. Oh mein Gott, ist das krass. Ey, Leute, hier kann man richtig geil Fußballspielen. Boah, ist das krass hier alles. Ey, wie findest du das da ehrlich? Ein bisschen cool. Richtig nice, ne? Ich lasse mal spielen, Junge. Oh, da läuft doch Fußball. Komm, lass mal eine Runde kicken jetzt. Lass jetzt mal richtig nett Fußballspielen hier. Marvin. Let's go. Ey, warte, ich komm mit hier. Marvin. Let's go. Ist abgeschlossen. Warte, ich helfe dir. Marvin. Ja, was ist denn? Marvin. Ey, ey, schieß mal. Oh, Alter, zeig mal ein paar Tricks hier. Oh, das war ein halber Vollrückzieher. Ey, komm mal her. Ey, ich sag dir ehrlich, ich glaub, der ist richtig sauer auf uns, ne? Ey, komm mal her, Niklas. Komm mal her. Ey, wir gehen jetzt weiter. Ich bin bald einfach nur mehr Stieder, aber wir gehen jetzt nicht irgendwie dafür. Let's go, Leute. Hier, Niklas, spiel zu mir. Hier, zu mir. Hier, spiel. Let's go, Leute. Let's go, komm. Hier, spiel zu mir. Und tschüss. Let's go, Leute. Wow, was ein Tor. Ey, du bist richtig krass. Ey, ich sag, der Leontide ist richtig sauer, ne? Ey, das war ein Foul. Komm, Leute. Marvin. Let's go. Ja. Marvin. Was ist denn? Ey, Leute, Leontide ist richtig sauer. Niklas, hier steht frei. Hier hinten. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Oh, was ist denn? Let's go. Ey, wir ignorieren dich. Ey, ich sag euch ehrlich. Ey, Leontide ist so sauer. Wirklich, Leute. Aber schreibt mal der Hashtag die Burgerpommes in die Kommentare. Let's go. Ey, komm, ich hab ne Idee. Wir schießen den Ball jetzt einfach da hinten. Holt er den, den wir hier weg, okay? Let's go. Hier, spiel mal zu mir. Geh mal her. Hier. Let's go. Ey. Ey, komm mal her. Komm, wir hauen jetzt ab. Let's go, Leute. Wir gehen jetzt. Leute, was geht? Ich hab noch ein paar Zuschauer getroffen. Was geht, Jungs? Was geht? Wen wollt ihr grüßen? Meine Katze. Okay, schönen Grüß an seine Katze. Ich grüße Eggelman. Ich grüße Jan. Okay, schöne Grüße auf jeden Fall. Ey, Niklas, ich sag dir ehrlich. Der Leontien ist wirklich sauer. Ey, schau mal, wie sauer der ist. Ey, Leontien, wir müssen dir was sagen. Ey, ich hab... Ich muss dir was sagen. Komm, setz dich mal hin. War ab. Ey, ich hab ein Video heute aufgenommen. Ich irgen, Ria, ein Parktee. Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich hör auf. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Leute, lasst uns da oben da runter. Kostlos. Aber tschüss.